Also hallo erstmal lieber Jay, herzlichen Dank für deine Mühen, für deine intensiven Vorträge und wirklich ehrlich gemeinten Ratschläge. Also ich bin da sehr sehr dankbar und komme gerne aus Salzburg wieder, weil es mich echt gepackt hat. Und ich kann es mir jedem raten und wünschen, sich mit dir zu treffen und da wirklich ein ehrliches Handwerk zu erlernen. Danke.